Festnahme knapp 26 Stunden nach dem Terror vom Solinger Volksfest. Am Samstagabend kurz nach 23 Uhr geht ein Mann auf Polizisten zu, in strömendem Regen, blutbeschmiert und sagt nach Bildinformationen, ich bin der, den ihr sucht. Bei dem Mann soll es sich um den Syrer Isa Al-Ha handeln. Der 26-Jährige hatte sich offenbar seit der Tat in einem Hinterhof versteckt. Nach dem Messerangriff am Freitagabend mit drei Toten und acht zum Teil schwer Verletzten hatte die Polizei intensiv nach dem Täter gefahndet.